Das ist ein harter Boss. Wir wollen die Robe haben. Ich werde ihn pre-Lay on Hands geben. Und dann muss ich mich einmal komplett voll trinken. One second. I lay on hands. Then I drink full. One second. So. Der kriegt Lay on Hands. Und auch Pull Mana. Weil das Lay on Hands, ich habe es beskillt, dass er 30% mehr Rüstung hat. Ja, und diese 30% Rüstung sind auf jeden Fall, ich gebe Shadow Aura, aber ich denke, Shadow Aura ist nicht gut. Ich glaube, wir brauchen die andere. Und jetzt hat er 30% mehr Rüstung bei dem Boss hier. Und das Ding ist Lay on Hands kann ich beim Boss, glaube ich, eh nicht usen. Weil ich den Global brauche. Ready. Let's go. Ja, das ist so entspannt, er kriegt viel weniger Damage. Sehr schön. Guck mal, wie Damage, wie wenig er Damage bekommt. Okay, das ist auf jeden Fall ein guter Cheat, ey. Da war der Mortal Strike. Oh, Gertrud hat Agro gepullt, glaube ich. Das muss Agro gewesen sein. Keine Ahnung. Was da sonst für ein Hit war. Oder es war der Shadow Bowl, das könnte auch sein. Meiner P sieht auch gut aus. Wunderbar. Ich werde wieder Holy Lights rein spammen. Bitte, 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 bitte. Die Robe. Nein, es ist genau das gleiche, wie gerade eben gedroppt. Oh, oh, oh. Äh, ich brauche doch nur die Robe. Ich bin so traurig, ne? Ich bin so traurig. Ich krieg's ja noch nicht.